So, dann schauen wir uns mal weiter um, würde ich sagen. Zerstören wir erstmal alles. Ich hoffe, wir finden gleich noch Bomben wieder. Wir könnten nämlich noch welche vertragen. Ah, Monster. Stirb, stirb. Uh, gehst wohl weg. Da kommt er ja schon wieder von hinten. Ich glaub's ja nicht. So, was haben wir denn hier gefunden? Da-da-da-da-da-da-da. Wahrscheinlich Kompass oder Karte oder so. Wird so sein. Karte! Genau, dann hat klein Alex auch ein bisschen bessere Orientierung. Sieht irgendwie aus wie so ein Verkrüpp... Entweder wie ein verkrüppeltes Händchen. Oder wie ein Oberkörper mit Beinen und Armen ohne Kopf. Oder wie ein Kroken. Hach, der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Einen Moment mal. Sorry, mir lief grad die Nase ein wenig. So, jetzt geht's aber weiter. Ach Mensch, ach. Doch, hat fast geklappt. Sagt mal, war nicht hier oben irgendwo eine Kiste? Ne, ne Kiste, ne, äh, ne Tür mit Schlösschen. Dann versuchen wir mal da durchzugehen. Hopp, hopp, hopp. So, da ist ne Tür. Dann gehen wir mal da durch. So, hier ging's durch. Ach Mist, jetzt sind wir wieder hier. Gehen wir jetzt mal rechts. Und dann schauen wir mal, wo wir hier lang kommen. So, irgendwas jürmelt hier so komisch rum. Hm. Was haben wir hier? Hallo? Gehst du wohl weg? Obwohl, kann er mich da durchsaugen? Hallo? Kannst du mich da durchsaugen? Kannst du mich saugen? Komm, saug mich. Saug mich. Ach man, du bist doch doof. Bist du doof? Ach, gehen wir mal hier durch. Ich weiß gar nicht, ob wir hier schon mal waren oder nicht. Ich geh jetzt einfach mal hier durch. Ah, dann gehen wir mal hier durch. Ich hoffe, das war jetzt nicht verkehrt, dass wir hier den Schlüssel verbracht haben. Oh. Ah! Ach man! Bin ich doch schon wieder runtergefallen. Mensch. Dann wieder hoch. Dann geht's mal wieder auf. Ah, das sind ja Hände. Ich dachte erst, das wären irgendwelche kranken Pflanzen. Aber nein, das sind... Setz dich wieder. Geh weg. Geh bloß weg. Okay. Gott, bin ich froh, wenn wir das Auge der Wahrheit haben. Dass wir nicht überall reinfallen. Das ist ja echt schlimm. Das ist ja echt schlimm hier. Okay, hier war die Tür. Dann sind wir wieder oben. Dann gehen wir hier geradeaus weiter. Dann wieder da rechts durch. Nee, erst mal links und dann gleich rechts. Dann schauen wir mal, ob wir da durchkommen. Oder ob ich meinen Schlüssel verschwendet habe. Da muss ich scheinbar ein bisschen aufpassen. So. Wo bin ich reingefallen? Direkt da vorne, ne? Dann gehen wir mal hier. Au, geh weg. Oh. Nein! Mann! Och Mann, ich hab doch nur so wenige. Ich hab doch nur so wenige. Verdammt. Jetzt haben wir noch genau eine. Ich... Nein! Mensch! Das ist doch nie warm, Mann. Dann gehen wir mal da, wo die... Ähm... Wo die Statue stand durch. Weil eigentlich, wenn die da drauf stand, dürfte da ja, äh, keine Fallgrube sein. Ach, Mann. Ich bring uns hier selber einmal um. Weil ich diese komische Drecksplörre. So. Und dann schauen wir mal, ob das dann... Bitte, bitte klappt. Dieses Ganze hochgelaufen nervt. Fast so nervig wie im Feuertempel. Okay, nein. Nichts ist so nervig wie die Sache da im Feuertempel. Gott, war das schlimm. Da hab ich ja echt drauf und dran mit dem Gedanken gespielt, äh, aufzuhören. Ne, da hab ich ja echt mit dem Gedanken gespielt und war echt drauf und dran aufzuhören. So, haben wir hier nicht noch unseren Freund? Hab ich den nicht gerade gesehen? Hm. Hat sich versteckt. Das war doch hier, dann rechts. Aber wenn das nicht klappt, geh ich erstmal woanders weiter. Aber eigentlich müssen wir an diesen blöden, blöden Schlüssel kommen. Nachher ist dein Herz drin oder so. Ach, nö. Nein! Ach, Mann! Ach, jetzt hab ich noch nicht mal Bomben. Ach Gott, ist das Mist. Jetzt guck ich erstmal woanders. Ey, ist doch blöd. Ey, ist doch blöd. Wo sind denn die ganzen Bomben, wenn man sie mal braucht? Mensch. Mann, da ist ja gar nichts drin. Was soll denn das? Ach, Mann. Verdammt. Scheiße. Kannst du nicht springen, Alter? Springen! Oh, so, ganz ehrlich mal. Warte mal, ging's da durch? Oder kamen wir da schon? Scheiße, das springt mich doch gleich an! Navi, wo bist du, wenn man dich mal braucht? Danke. So. Waren wir hier schon? Ich weiß es gerade nicht. Kamen wir hier raus? Gehen wir da rein? Gehen wir mal hier lang. So viele Deko-Kerne und nicht eine Bombe. Leute, ihr habt doch einen Stachschaden. Reicht's jetzt langsam? Ich hätte gerne noch ein paar Bomben. Oh, Mann. Da ist noch einer. Oh, wachsen die so schnell nach? Oh, krass. Es scheint hier einen echt guten Dünger zu geben. Deswegen wachsen wahrscheinlich auch die Donnerblumen hier. Wie bescheuert. Das hat ja einmalig gut geklappt. Das macht mich gerade nicht glücklich, Leute. Na? Na? Komm schon. Das macht mich gerade nicht glücklich. Dann gehen wir doch mal erstmal da links weiter. Nicht rechts da durch. Weil wir haben ja gerade eh keine Bomben. Das heißt, wir kommen da eh nicht weiter. Außer wir, ähm... Wir spinxen uns an ihr vorbei. Das könnte natürlich auch klappen. Aber jetzt gehen wir erstmal da weiter. Und gucken erstmal, was es da noch gibt. Bevor wir das dann versuchen. Und ich renne dann einfach nur an ihr vorbei. Und dann scheiß auf die ganzen Viecher. Ich renne dann einmal durch. Ganz Kamikaze-mäßig. Dann schauen wir mal. Okay, was haben wir hier? Okay. Lesen. Lesen. Hier steht die Inschrift aus dem Wappen der Königsfamilie von Hyrule. Was wollte Nabi? Das Wasser dieser Statue flutet das gesamte Stockwerk. Ah, vielleicht... Hoffentlich funktioniert das. Es waren keine... Es sind keine festen Linien da. Nee, wahrscheinlich... Muss ich den anfokussieren oder so. Wann willst du denn... Nabi, würdest du den mal anfokussieren, dass wir... Ist den gerade doch so schön anfokussiert. Ah, jetzt. So. Ah. Jetzt können wir direkt mal hier gucken. Bomben! Und jetzt kommen wir auch an diese eine Truhe. Hm, da ist er. Viel von oben. Da waren wir. Ich glaube, wir sind jetzt einmal rum. Oder Leute? Schauen wir das nur so vor. Ah. Genau. Hier war das mit der Kiste. Und ich glaube, da war auch eine... Oh, super. Das hat's gebracht. Ich glaube, da war aber auch eine verschlossene Tür. Wären wir mal da durchgegangen. Hm. Naja. Hier war noch irgendwo. Genau. Hier war auch irgendwas drin. Hier ging's zumindest durch. Und hier ist eine Truhe. Komm. Stell dich vor, Schatz. Komm schon. Bombe! Naja, immerhin. Immerhin. Dann gehen wir da durch. Hilfe! Wird ihr immer von hinten ankommen? Beziehungsweise von oben. Ups. Zu früh. Ach, komm schon. Zeig dich. Doch. Komm mit. Nehmen wir mit. Keine Tür. Gehen wir doch da mal durch. Oh, ich glaube, hier wollten wir... Oh, ja. Ah! Was ist denn das? Was... Oh mein Gott! Der große Hirnsauer. Zerschlage alle seine Diener, um ihn zu beseitigen. Triff den Kopf. Nein! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Wer facht der? Er saugt mich aus. Er saugt mein Hirn aus. Ey, wie kann ich... Warte mal. Hä? Ich komm doch gar nicht nah genug an die Rand. Vielleicht mein Bumerang. Möchte ich die irgendwie anfokussieren? Ich kann nicht... Ähm... Nein! Geh weg! Lass mich los! Lass mich los! Lass mich los! Warum kann ich denn gerade gar nichts anfokussieren? Ah. Oh. Alter! Baaah! Mann! Wo geht das nicht? Leute, Mensch. Vielleicht muss ich dem eine Bombe... Bombe auf den Kopf hauen. Nee. Wie ging das denn nochmal, verdammt? Ähm... Nehmen wir das mit? Hm. Und das ist ja immer da... Hä? Nee. Da gab's irgendein Trick bei. Ich komm nicht mehr drauf. Ach, Mann. Mann. Ah! Mann! Ist doch nicht wahr! Lass mich los! Lass mich los! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Geh weg! Geh weg! Was willst du? Na weh! Nein! Oh Mann! Hilfe! Scheiße! Wie ging der denn nochmal? Verdammt! Ich treff den noch nicht. Ah nein! 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 Lass mich los! Nein! Lass mich los! Warte mal. Nein! Boah, lass los! Boah, die haben so eine große Reichweite, verdammt! Ich dachte, vielleicht könnte ich mit der Wirbelattacke so ein bisschen... Aber die sind... Nein! Boah, da... Alter! Alter! Alter, geh weg! Ich komm nicht so nah dran. Vielleicht mit Pharoah Stingsbums hier. Pharoah Stingsbums. Nee, das ist Feuerinferno. Ich bin verzweifelt. Das hat den auch gar nicht interessiert. Okay. Okay. Verdammt. Oh Mann. Komm her. Verzweiflungstat. Kommst du zu mir? Komm zu mir. Nein, das geht hier gar nicht. Ah, warte mal. So. Löst du wohl los? Okay, ein bisschen hab ich ihm scheinbar wehgetan. Lass mich los. Alter. Alter. Okay. Hm. Ich frag mich, ob das ja gerade so richtig ist, was ich hier mache. Okay. Komm her. Komm her. Komm her. Alter. Boah. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals so viele Probleme mit dem Vieh gehabt habe. Guckst du mich wo an? Oh, ich hab's geschafft. Ich glaub's nicht. Was war das denn für ein blödes Vieh? Waren die schon immer so komik Orangieses? Boah, es zuckt noch. Ihhh. Es zuckt noch. Boah, Leute. Was sollte denn das? Aber immerhin haben wir jetzt das Auge der Wahrheit. Das ist doch schon mal was. Was? Das ist doch schon mal was. Setzt du es ein, kostet es magische Energie. Mit 10 kannst du es auch wieder deaktivieren. Was? Das ist doch schon mal. Vielen Dank.